Hey ho, let's go und herzlich willkommen bei Schokimannoki Daily. Heute am 13. November haben wir den Schwuletto Christian hier vor Ort und ich bin de Sashi. Und wir machen Schokimannoki Daily und präsentieren euch erstmal das Geburtstagskind des Tages. Richtig Sascha! Und zwar das Geburtstagskind des Tages ist... Und zwar männlich. Ja, Whoopi Goldberg. Whoopi! Whoopi hat Geburtstag! Whoopi Goldberg, bekannt aus dem Film Ghost-Nachricht von Sam, Sister Act und einige Jahre zuvor bereits die Farbe Lila. Das heißt ja, dass Whoopi Goldberg, die Eltern von Whoopi Goldberg, also die Mutter hat dem Vater gesagt, dass sie schwanger ist in der Achterbahn. Und dann haben wir gesagt, Mensch, und du sagst, wenn du das Kind nennst, Whoopi! Das ist so dämlich, diese Geschichte ist so dämlich. Ja, ich find's lustig. Das wird grad eingefallen. Auf jeden Fall, Whoopi, Happy Birthday to you und so weiter. Herzlich willkommen, Whoopi! Du, ich bin schwanger. Eigentlich nur, wenn du das Kind nennst, Whoopi! Alles Gute, Whoopi Goldberg. 13. November 1002, der englische König Äthelred. Äthelred. Äthelred der Zweite. Keine Ahnung, was das für ein bescheuerter Name ist, aber Äthelred der Zweite gibt den Befehl, alle Dänen im englischen Reich zu töten. Okay, der mochte die nicht so. Nee, um einen angeblichen Volksaufstand zu verhindern. Äthelred, geboren 1975, gestorben, 1016. Ich hoffe, er ist 975 geboren, nicht 1975. Nein. Mit der Zeitrechnung ist das nicht so. Er hat bei Zuri in die Zukunft ja mitgespielt. Achso, ja, okay. Im vierten Teil, weißt du? Ja. Ja, und er war König von 978 bis zu seiner Flucht 1013. Also, wir haben schon eine gute Ausgabe. Äthelred der Zweite hat den Befehl gegeben, am 13. November. Apropos zwei. Kommen wir zu den Zahlen 6 aus 940. Am 13. November 1955 gab es drei Spiele, die beim 6 aus 940 gewonnen haben. Nee. Doch. Hammer. Wie gesagt, die Ziehung. Nach der Ziehung gab es drei Spiele, die die Zahlen 6, 18, 22, 29, 37 und 44 richtig getippt hatten. Ja. Jeweils bekamen sie 59.492 Mark. 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 Ja. Ging ja. Nicht Millionen. Nee. Ja. Genau. Das war der 13. November. Korrekt. Und den 13. November beschließe ich mit Wui! Willi! Wieg! Sure. für mich. Tschüss. 方